Heute sprechen wir über die besten Fosselrasierer. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Fosselrasierer. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 der Venko Wollrasierer Jumbo Der Venko 4.814.110.100 Jumbo Wollrasierer ist ein fantastisches Werkzeug. Diese Wollrasierer hat die Form eines U. Durch dieses Desichen können Sie mit Leichtigkeit eine Vielzahl von Stoffen bearbeiten. Diese Wollrasierer macht das Entfernen von Schurten aus verschiedenen Kleidungsstücken zum Kinderspiel. Mithilfe dieser Ausrüstung werden Ihre Kleidungsstücke wie neu aussehen. Der Venko 4.814.110.100 Jumbo Wollrasierer beseitigt schonend und effektiv Fosseln und Knötchen. In weniger als einer Minute haben Sie ein gutes Ergebnis. Dieser Typ eignet sich für Regionen mit viel Platz. Dies bedeutet, dass Sie viele Outfits schnell optimieren können, um ein anständiges Finis zu erzielen. Der Sammelbehälter ist ebenfalls recht groß. Nummer 4 Tragbare Fosselentferner Der Hommage der Fosselrasierer ist ein fantastisches Gerät. Dieses Modell verfügt über einen leistungsstarken, verbesserten Schähermotor. Der Hommage der Fosselentferner befreit Ihre Kleidung effektiv von diversen Knötchen und Füssel. Er ist auch ruhig. Mit seiner Hilfe können Sie Ihren alten Pullovern oder Hosen ein wie Neumacke für verpassen. Dieser Fosselrasierer wird von 2C-Bar-Bützellen-Akkus betrieben. Bei diesem Modell sind die Ringe aus Edelstahl. Daher ist Hommage der ein zuverlässiges und langlebiges Gerät. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3 CWN CS 7976 Fosselrasierer Der CWN CS 7976 Fosselrasierer bietet ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Variante verfügt über drei Metallklingen zum effektiven Entfernen von Notten und Knötchen. Das Flusengitte ist ebenfalls aus Metall. Es gibt auch einen speziellen Abstandshalter, um gröbere Wolloberflächen gründlich abzudecken. Diese Kiesel- und Fusselbedeckten Oberflächen lassen sich mit seiner Hilfe fachgerecht und schnell entfernen. Dieses leistungsstarke Gerät ist auch klein und tragbar. Sein ergonomisches Dersichen liegt gut in der Handfläche. Dieser Fosselrasierer passt problemlos an Ihre Hosentasche und kann auf eine Geschäftsreise mitgenommen werden. Es ist wirklich praktisch. Nummer 2 Solar K101 A4 Fosselrasierer Dieser Typ hat ein U-förmiges Dersichen und einen angenehmen Griff, wodurch das Entfernen von Steinen aus Kleidungsstücken einfach wird. Auch dieses Modell verfügt über drei Schnitt-Einstellungen für Materialien mit kurzen und langen Fasern. Und die Nummer 1 unserer Liste Philips G1027 Ziehen Sie den Philips G1027-00 in Betracht, wenn Sie einen starken Fosselrasierer benötigen. Dieses Modell kann Steine von jeder Art von Kleidung einfach und schnell entfernen. Die Drehzahl beträgt 8800 U-min. Es ist extrem hoch. Die Löcher im Metafosselgitter haben verschiedene Durchmesser. So können Sie Flusen aller Größen schnell entfernen. Dieser Flusenentferner verfügt über einen wiederaufladbaren Akku, so dass Sie ihn in der Tasche tragen können. Wenn Sie es aufladen möchten, müssen Sie nur einen freien USB-Anschluss finden. Dieser Typ hat auch eine defensive Funktion.